Nein, da baut jemand. Da ist ein Team. Da ist ein Team. Was? Da ist ein Team. Ja, der andere ist irgendwo bei den Bäumen. Der ist alleine. Der ist alleine. Woll ihn dir. Als ob der uns nicht gesehen hat. Hab ihn. Als ob der uns nicht gesehen hat. Nee, der hat uns gesehen. Nee, die Lava ist weg. Toll. Was? Da hinten ist jemand. Da ist gerade Licht weggegangen, da hinten. Okay, komm. Wo ich... Da, da, da. Rot, rot, rot. Zurück, drückt. Das war ein gelbes Team. Ich hab's gesehen. Nein. Lauf, 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 lauf. Alter, ich bin tot. Was? Nein. Nein. Ich hatte kein Lava einmal. What the fuck? Scheiße. Dominator hat wenig Leben, aber der andere hat einen Goldapfel gegessen, weshalb ich dazu eher tendiere, ein bisschen wegzugehen. Ich würde wenn auf Dominator gehen, aber... Alter. Dass sie uns so gut gesehen haben. Echt krass. Oh, hier ist... Hier ist richtig viel Zeugs. Hier ist richtig viel Zeugs. Achso, Inventar voll. Wo ich hier im Wasser nicht so chillen möchte, während ich Inventar rausschmeiße. Andesit kann weg. Ich sagte Andesit. Achso, Diary. Okay. Äh, Diary ist natürlich nochmal was völlig anderes. So. Äh, ich hab auf jeden Fall schon mal die Diamantspe-Zacke. Ja. Diamantspe-Zacke. Äh. Und, ähm, damit versuche ich mir jetzt Enchanting-Table zu machen. Ich hab Leder. Was ich hier doch... Äh. Eventuell mach ich mir ein paar mehr stärkere Eisensachen. Das heißt, ich farm jetzt gleich noch ein bisschen mehr Eisen. Achso, ich muss hier jetzt ein bisschen höher. So. Willst du ein paar Fallen raussuchen, die ich bauen könnte? So. Ja. Aber irgendwie muss man das Ding noch reißen. Aber, ich bin schon in der Top... Wie viel Leben noch? Äh, warte. Und ich hab keinen einzigen Damage bis jetzt von... 26 von 64. Also die Hälfte schon weg, ne? Ja. Okay. Also, ich hab den... Ich hab keinen Schaden durch PvE gehabt. Sondern nur durch PvP. Oh, jetzt krieg ich aber mehrere Meldungen, dass jemand ein bisschen... Hmhm, hackt. Ja. Zum dritten Mal jetzt schon. Fast Break. Also schnelles Abbauen. Hm. Schneller als normal Minecraft. Ja. Ich mein, weil ich finde, bei solchen Sachen ist es immer, ähm... Schwer abzuschätzen. Nochmal, das vierte Mal. Aber so oft... Bisschen komisch. Wann kommt das vielleicht einmal, wenn es geleckt hat oder irgendwas. Was weiß ich. Vielleicht hat der ein Ultra-Lack. Wie ich eben. Das ist das vierte Mal. Oh shit, einer hat ne Dia-Bus-Platte. Ich werd jetzt... Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall zurückgesetzt. Also von daher. Ich werd jetzt sowas wie Strip-Mine, ey. Das glaubst du gar nicht. Wenn ich schon hör, Dia... Full Dia genau. Ja, der ist abgehoben. Der Ding zu... Ah, ja. Nee, der nächste Verzauberer haben wir. So. Und Bibliotheker, als ob die sich Bücherregale gemacht haben. Neu. Vielleicht vom Villagerdorf. Äh... Ach so. Stimmt. Das kann gar nicht... Obwohl... Du meinst, da wären mehrere irgendwo auf der Map? Ja, es hätte eigentlich schlimmer kommen können, ne? Wir hätten direkt sterben können, irgendwie am Anfang. Ja, es sind halt richtig viele so früh gestorben. Ich komm ja eben wegen... Ähm... Platz. Okay. Ich hab noch 215 Gigabyte. Lüfte passen. Ah. Ne. Ich glaub, der hat sich jetzt irgendwie erschwert gemacht. Ja, okay. Ich bin immer kurz AFK, ne? Ja, ja. Ich komm in fünf Minuten wieder. Machen wir schon ein bisschen Solo-Commentary. Ja, mach mal. So. Wie sieht die Lage denn aus? Ähm... Rose hat immer noch... Voll. Krass. Dominator hat sich wieder hochgeheilt. Und... Ähm... Wie sieht's mit den anderen aus? Oh! Oh! PVP-Kampf! GG! Äh... Der nächste ist fort. Alter! Richtig krass! Im Moment suche ich mir mal ein paar Leute zusammen, die... Einzelne sind. Hier so niemand. Und... Alkira. Die kann man ja mal herausfordern. Wenn ich sage, ähm... Jo, wir treffen uns da. Dann kann man das schon mal machen. So. Oh no, Gold. Sehr schön. Äh... Ich geh auf jeden Fall an die Oberfläche und hol mir Goldäpfel. Oder ich spare auf einen OP-Apfel. Das wär halt... Das übelst geilste. Aber dafür hab ich... 18 Gold ist viel zu wenig für einen OP-Apfel. Weil wir denken, wie viel Gold braucht man für einen OP-Apfel. Wenn man's mal durchrechnet. Dann dauert das schon so ein bisschen lange. So. Hier ist nichts. Nein, ich find keine Ideas durch Streetmine. Einfach richtig Pech. Und wo geh ich hin eigentlich? Ich geh Richtung Spawn. So ein bisschen. Okay. Okay. Aber in welchem Biom bin ich denn? Planes. Okay. Planes kann ich mitleben. Okay. Da ist... Lava. Muss aber nicht heißen, dass da direkt ein... Ähm... Dings ist. Eine Höhle. Aber... Wer weiß. So... Ich überlege, ob ich mich ein bisschen mal wieder hochgrabe. Ob ich eventuell meine Höhle finde. Weil ich hab das Gefühl, dass ich... So überhaupt nicht vorankomme. Da sitze ich übrigens mal lieber... Hier ein bisschen... Setze ich die Blöcke auf die Hotbar. Weil ich halt mit F... Richtig schnell reagieren kann. Das liegt genau neben D. Und so kann ich dann direkt... Bam. Bam. Die ganze Zeit. Und das ist halt... In manchen Situationen echt praktisch. Ich mein, ich hotkeyer ja nur. Jedes einzelne Teil. Es sei denn, ich bin halt... Ein bisschen deppert manchmal. Aber grundsätzlich sag ich, ich hotkeyer. Also es sieht irgendwie nicht so aus, als ob ich hier mal... Eine Höhle finden würde. Mann! Als ob. Ist ja mal richtig lame. Ich brauche zwei Dias, Leute. Und dann hätte ich wieder einen Vorteil. Hätten wir an den Enchanting Table gefunden. Dann hätte ich mich gefragt, wie das ging, Dominator und... Wie hieß der? Quentix? Lull? Lill? Wie das dann ausgegangen wäre. Weil das wäre dann anders ausgegangen. Weil dann hätten wir mehr PvP machen können. Ach, komm, ich nehme was Eisen mit. Hier ist auf jeden Fall ein Lavasee oder so. Oder über mir. Warte, da ist ein Partikel. Oh. Ich versuche mal über den Lavasee zu kommen. Vielleicht ist da ja was. Loll. Okay. Ach, okay. Hier bin ich wieder rausgekommen. Alles klar. Gut, dann mach ich mal... Ultimativ Risky. Und begebe mich mal hier so ein bisschen... ...auf die Höhe. So. Dann hier. Alles klar. Okay, da stirbt ein Skelett. Und ein Bogen. Also, ich gehe in keinen Kampf ohne Bogen und Verzauberungstisch. Sagt er und fand niemals einen Bogen. Alter, hier ist... ...ne Schlucht? Lol. Das letzte Mal... ...ne Fackel. Das letzte Mal, als wäre... Hier war jemand. Okay. ...muss ich ein bisschen aufpassen, wenn hier schon jemand war. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das her ist. So, ähm... ...gucke ich mal hier hinten. Hier ging es ja noch an mehreren Stellen weiter. Wenn ich jetzt mal eben sage, hier lang. Gucken wir einfach mal so ein bisschen... ...bei den anderen Sachen. Hier waren ja... ...noch andere Höhlen. Dass die da ein bisschen vielleicht wieder runtergehen. Und da was finden. Aber endet alles ziemlich sehr... ...im nirgendwo. ...so. Hallo Creeper. Da ist die Border. Shit. Ja, hier war jemand. Ähm... Aber hier unten, glaube ich, war keiner, oder? Sieht alles sehr unerforscht aus. Ne. Hier ist nix. Wie schnell ist die Border eigentlich? Das juckt mich jetzt mal. Schauen wir mal. Oh, die ist schon relativ flott, muss man mal so sagen. Sie treibt die Spieler schon ganz gut. Ähm... Ich begebe mich mal ein bisschen hier in die Richtung. Um zu gucken, ob da... ...noch Platz ist. Da die World Border ja sowieso... ...in eine andere Richtung kommt. Na komm. Oh. Muss irgendwo ein Skelett sein. Hi. Dann grabe ich mich mal eben runter und löse das Problem. Hier lang. Fackel setzen. Ach man, diese Schritte, ey. Sie sind immer so ekelhaft. So. Ein Bogen-Drop. Ich soll einfach mal einen Bogen droppen vom Skelett. Das wäre so nice. Ei. Warte. Und jetzt. Nice. So, Pfeile haben wir, aber... ...da ist ein Creeper. Komm her, Skelett. Muss ich mal umdrehen. Nice. Umgedreht. Und komm mal her. Nice. Immer noch kein Bogen, ne? Ne. Schade. Ja, hier ist nichts. Mann, wir suchen die ganze Zeit nur irgendwelchen Höhlen, auch irgendwelchen Zeug. Das ich aber nicht finde. Und das ist blöd. Oh, das ist... Das ist nicht blöd. Alter, stellt euch vor, ich schaffe es wirklich, mir einen Au-pair-Apfel zu machen. Wie geil wäre das denn bitte? Aber... Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering. Dass man so viel Gold wirklich findet. Auf einmal. Okay, ich hoffe, ihr kommt einfach mal nix. Okay, so. Komm her. Wieder da. Hi. Und... Tot? Äh, nö. Ich bin hier gerade ein paar Höhlen am durchsuchen. Hätte ich auch nicht erwartet. Ciao, 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 ciao. Im Gegensatz zu dir. Weiß ich, wie man wegläuft. Ja, weglaufen, wenn man in den Lava steckt, ne? Oh, hier ist die World Border irgendwo. Shit. Alter, wie der Bildschirm einfach instant rot wurde. Na, die World Border wird richtig klein, langsam und wir gehen halt so die Höhlen aus. Ich will halt unbedingt noch zwei Dias finden, weil Enchanting Devil ist halt so viel wert. Ach komm, warum lege ich mich mit dem Zombie unnötig an? Ich muss... Ja, ich kann halt schlecht abhauen, wenn ich in Lava stecke. Ja, ich weiß. Aber ich finde richtig viel Gold. Weißt du, was richtig episch wäre? Also, auch wenn ich ein halbes Herz oder so gehabt hätte, egal, dann wäre ich noch dabei gewesen, aber das ist ja jetzt so gekommen. Leider. Warum haben wir eigentlich kein Wasserhämer gemacht? Weiß ich nicht. Du hast hier irgendwas gesnickt. Also, ich finde... Nein, verdammt, das Gold ist in Lava geflogen. Aber ich finde gerade richtig viel Gold. Wenn es wirklich ultimativ gut wird, dann kann ich mir einen OP-Apfel machen. Und damit wird halt keiner rechnen. Weil OP-Apfel ist halt richtig OP. Ich vertreibe halt noch mehr. Ja, ich habe schon 27 Gold plus 6. Rechne mal bitte aus, wie viel Gold ich brauche. Was? Ich habe gar nicht gehört. Rechne mal bitte aus, wie viel Gold brauche ich für einen OP-Apfel. Ach so. Das war ja nicht voll easy. Ja, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil ich muss mich beeilen, weil... 73? 72. 72. Ja. Ähm, kannst du mir dann verraten, wie viel ich ein Stack und wie viel noch ich brauche? Wie ein Stack und noch was brauchst? Ja, ein Stack. Das ist halt 64. Das heißt, rechne das mal minus 64. Das ist für mich einfacher zu merken. Hä? Nee, kannst du das jetzt gar nicht selber zusammenbekommen. Ich bin hier komplett konzentriert, ne? Ja, was machst du denn? Ich suche nach Diamanten und alles. Ja. Ja, 64 und 8, ne? 64 und 8, okay. Das heißt, ein Stack Gold brauche ich. Was? Ah, Mann. Geht's da unten noch weiter? Ich suche nach. Untertitelung des ZDF, 2020